Ja, hallo. Du lässt mich an. Ach, du bist der hier. Okay, wir brauchen mal die Karte. So. Okay, was haben wir hier noch? Magnethöhle. Wassertorenposition. So. Tagebuch. Schiff über die Söldner. Sorkerweisheiten. Sprich mit Linse. Wo finde ich dich? Ja, voll Verbesserungsmenü. Können wir hier irgendwas verbessern? Ja, du hast einen Schalter drauf. Können wir hier irgendwas verbessern? Nö. Ich möchte gerne die Sachen irgendwie... Du hast keine Gegenstände zum Verbessern. Jeder Jacke. Du sitzt nicht im Behälter. Okay, Tutorial. Riech mit dem Techniker. Hey. Wo ist der Techniker? Kommt der nur... ...eine Nase lang raus? Oder muss ich da wieder sonst wohin rennen? Hier ist der Kern. Wäre cool, wenn es mir angezeigt werden würde. Also, wir suchen erstmal... Das ist uns... Nehmen wir den Krempel jetzt mit hier? Inventar. Das ist unsere Notreserve. Wir kommen ja eh wieder. Die muss das Ding abgenommen, okay? Okay. Was ist das, das? Eine Kurzknappe, du ziehst es auf dem Papierfetzen. Gut, wir machen jetzt mal ein bisschen langsam. Ich weiß nicht, was ich mit dem Krempel hier machen sollte. Die ist im Arsch. Ausrüsten, entladen, entladen, entladen. Okay. Wie viel Gewicht haben wir jetzt noch? Ich habe gar nicht geguckt. Wir sind fast voll. Die Waffen, die sind so schwer, ich lichte noch eine Notiz. Aufheben. Neue Notiz. Notizen. Ja. Er ist nicht zurückgekommen. Alles nur deinetwegen. Irgendwann wird der Chef hier nicht mehr den Rücken frei halten. Was ist wegen mir? Okay. Okay. Noch eine Notiz. Ja, auch nicht erstmal hier rein. Wir müssen vom Gewicht runter. Ja. Äh. Alle. Alle. So, dann gucken wir uns einfach mal auf der Karte nach. Hier müsste es ja irgendwo... Oh. Blau. Wir gehen erstmal nach Blau. Äh, Metal. Spähen können wir ja auch. So. Wir gucken uns erstmal hier ganz geschmeidig um. Da ist auf jeden Fall ein... Symbol. Muss ich hier rein? Ah. Du bist Linse. Was? Oh, ich kann das reparieren. Ah, hier bist du. Ich bin dein Mann. Wenn du ein paar Storien verwenden willst, geh zu Mikolaic oder der Gaffer. Sie haben alle Art von Bologna zu wählen. Okay, komm mal. Was hast du da? Ähm. Hier, helfen wir mal. Ich brauche einen Gutsstand bei dir. Okay, ich mach's. Die Namen sind einfach der Kracher. Nee, komm her. Äh. Uh, verbessern. Ja, du bist cool. Du fetzt. Ähm. Können wir nicht reparieren? Hier ist reparieren richtig teuer. Wenn wir hier irgendwie... Zusatz-Bett. Ah, hier kann ich das so machen. Okay. Wir holen mal jetzt hier... Können wir hier noch... Hier liegt eine Notiz. DDA eröffnen. Ah, wir haben so viel Zeit hier in dem Spiel. Will ja gar nicht durchhusteln. Oh ja. Äh. Tagebuch. Erfolg. Okay. Wir holen jetzt erstmal die Waffen. Reparieren die. Verkloppen die. Und dann werden wir hier weiter gucken. Oh, hier Notizen. Ich brauche Geld. Okay. Ähm. Ja. Gut. Linse. Okay. Für die Möglichkeit ein bisschen hochschrauben. Spähen. Moment mal, Freund. Ja, Musik muss ich leider abschalten. Ich brauche nichts. Ich brauche nichts fixiert. Komm schon, sprich auf. Sag mir, was du brauchst. Und ich will sehen, was ich tun kann. So. Ähm. Ausgerüstet. Ich habe kein Geld mehr. Hö-höh. Am besten, ich sollte meine Kohle nicht fürs Reparieren rausschmeißen. Sondern. Äh. Ausrüstung. Mal gucken, was ich für die Sachen kriege. Hast du noch irgendwas, was ich gebrauchen kann? 2.500. Du bist natürlich. Du bist natürlich durch mit der Reise. 10.000. Okay. So, dann reden wir nochmal über die anderen und dann machen wir deine Nehmission. So. So, gebe ich das runter. Und jetzt, lass uns erstmal quatschen gehen. So, wir machen hier Nehmission. So, es muss erstmal alles geladen werden, aber es geht schnell aus. Ah, so. Wird wieder. Es wird wieder dunkel. Ich würde gerne mit Pistole umherziehen. Ich habe fast nicht gesehen. Ich dachte, ich... Nein. Rennen wir halt mit. Irgendwo hier muss was sein. Wird schon wieder dunkel, ne? Das halbe Spiel findet nur noch in der Nacht statt. Hier wird gespeichert. Na, komm. Na, komm. Hier ist irgendwas. Ich bin sichtbar. Irgendwas. Wo bist du? Wo bist du? Banditen. Banditen. Heck. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Letzte Spielstandladen. Ach du Scheiße. Das war nicht so erfolgreich. Wir werden noch sehr sehr oft sterben mit meiner Anfängerausrüstung. So. Die werden noch glaube ich hier gleich aufschlagen. Dürfen einfach nicht so. Offensichtlich hier rumrennen. Wir müssen vorsichtiger sein. Mehr schleichen. Irgendwas? Vielleicht können wir sie überraschen. So was gehört. Das ist auf jeden Fall ein Dorf. No. Na? Nur kein Aufsehen erregen. Noch 40 Meter. Es wird schon wieder Nacht. Wir sind kurz, dafür sind die nicht länger. Ich glaube hier muss ich rein. Safest du nochmal vorher? Dann safen wir halt nochmal. Was ist das? Okay. Ich spere halt ein Schloss dran. An der anderen Seite wahrscheinlich. Na dann essen wir erstmal ne Runde was. Immer gespeichert. Ich glaube den geht es nicht mehr ganz so gut. Oh, dann nehmen wir erstmal wirklich alles. Ja, alles nehmen. Suche nach Überlebenden. So. Hauen wir mal ne 20 Ampere sich hoch rein. 380 Volt. Das ist enorm. Und das hässlige fette Ratten. Ja. 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 Oh Gott. Ja. 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 Das wird nicht bei der Ratte gewesen sein. Du tropfst da vor sich hin. Da ist noch was. Uh. Er hat Kopfschmerzen. Anja. Das. Oh Gott. Ist so spannend hier ne. Na komm her. Hilfen. Brauchst du jetzt ab oder? Wann los? Reden. Äh, die Linse schickt mich. Ich helfe dir. Du darfst jetzt ab oder? Oder bleibst jetzt hier einfach stehen? Okay. Du bist nur so ein bisschen hässlich, ne? Okay, finde Mastiff. Upsi, falsche Tasse. Ich will doch dahin. Oh Mann. So, kurz zwischenspeichern. Hier, 100 irgendwas Meter. Diese Richtung. Wir halten, brennt Feuer. Ach, du Scheiße. Okay, kann ich hier irgendwas looten? Hier ist nichts weiter. Kiste ist auch schon. Uh. Oh Mann. Ich habe nichts mehr zu tun. Oh. Oh. Wo ist er? Okay. Hab ich hier aus einem Freund geschossen oder nicht? Nehmen wir alles mit. Wir sortieren aus, ob was Schrott ist oder nicht. Das andere hat ja keinen Wert, ne? Das ist platt. Hier liegen doch irgendwo Leichen. Alles andere ist halt nur Gewicht, ne? Das macht ja gar keinen Sinn. So, dann sortieren wir erstmal aus. Leichen liegen nicht mehr rum. So, Inventar. Und laden. Äh, freien lassen. Laden. Freien lassen. Freien lassen. Und laden. Ja, die haben wir. Ja, die haben wir. Reiten lassen. Hast du Mods drauf? Laden wir erstmal. Ja, sonst mögen wir uns einfach nur sinnfrei zu. Benutzen. Benutzen. Geht, dann geht's weiter. Wer bist du? Hey, Mann. Oh, was geht's? Neus. Morons believe that the zone can be changed or controlled. It can bend anybody until they break. Alles klar, handeln. Well, here we are. Do you need anything? Kannst du irgendwas gebrauchen? Was kannst du gebrauchen? Ender, nee. Alles klar. Ich werd weiterziehen. Ich werd weiterziehen. Hör mal dich. Ich will immer E drücken. Wir ziehen jetzt mal weiter. Ah, die Brücke. Okay. Oh, nachts ist der brutal gefährlich hier, ne? Eieieiei. Hm. Hier ist ein Traktor. Na, wird schon wieder hell. Manchmal liegt hier irgendwo, da denk ich mal, was drinne. Oder eben doch nicht. Raus, 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 raus. Wie, Müll. Dann hauen wir uns erstmal eine Flasche Wodka rein. Ähm. Ja. Ja. Ein bisschen Mastiv finden. Das ist nur, dass ich irgendwo noch mein Artefakt finde. So, wo finden wir Mastiv? Nee. Nee. Ja, die müssen wir schon nochmal schön machen für Ausrüstung. Ja, Panzerbrechner Munition brauchen wir halt etwas später. Und ich möchte schon gerne ein bisschen sammeln. Dig mal, da ist nicht ein Auto, ne? Ist was. Komm ich hier nicht rein? Oh, ich will nochmal E drücken zum Benutzen, ne? Ah, komm. Hammer. Hört nach, komm her. Komm, wechsel Waffe. Ja, frei. Ja, komm schon. Jetzt ist der Schuss. Komm sie her. Ich bin hier. Ob mal gleich Blut in die Wunde, ne? Ähm. Wollte mal ein Wurst. Wollte mal ein Brot rein. Ja, ich brauch eine bessere Handfeuerwaffe. Dann komm mal her, hier. Oh, das geht mir auf den Sack, ne? Ich muss das unbedingt umstellen. Das geht mir auf den Sack. Weil E ist eigentlich immer benutzen. Wie komme ich jetzt hier rein? Da ist ein Loch. Wie komme ich hier rein? So, die Tür ist durch. Muss die Tür irgendwie von... Kann ich die Tür von hier sehen? Gibt es einen Winkel finden, wo ich die Tür sehe? Nee. Ich möchte die Tür garantiert aufschießen. Oder ich muss hier in den Schuppen rein und dann über das Loch. Da sehe ich auf jeden Fall nicht die Tür. Ja, das ist ja nicht das Problem. Ja, komm. Wie ich es hasse, ne? Nehmen wir doch mal mit. Was ist das ändern? Also komme ich so in die Hütte rein. Der Dachbohnen. Das ist mit dir nicht. Der Neunte, okay. Das ist ein Mastiv. Der Neunte, okay. Okay Mit ihr helfen Hier haben wir hier oben noch irgendwas rumzufliegen Was ist mit euch? Was ist mit euch? Was ist mit euch? Ich bin hier für einen Mastiff Was muss passieren? Geh wohl jetzt wieder. Was ist das? Da bin ich nicht hin. Oh. so gut was habt ihr alles bei gut durchsuchen wir mal die leichen glaube die haben geiles zeug bei den hat es zerlegt oder doch kein geiles zeug dabei ist doch irgendwas da liegt doch irgendwo einer ein lassen lassen ein lassen was krieg ich jetzt gilt ich werde nicht bleiben hier für lange wenn ihr Fragen habt, fragt sie jetzt ok es wird kläuert Sie sagen viele Dinge über dich. Wer bist du wirklich? Ich bin 9. Ich bin ein Monolith-Soldier. Aber ich habe fast vergessen. Alles, was verlassen ist, ist blühen, und die Menschen, die erinnern. Wo bist du jetzt? Ich gehe zu meinen Brüdern auf Wild Island. Es gibt keinen Platz für uns in der Zone. Du stimmst die Monolith. Was ist das? Für Stalkers, das Monolith war die Gronter der Werte. Für mich und meine Brüder, das war Gott. Aber ich höre seine Sprache nicht mehr. Es ist Zeit, dass wir uns einander gehen. Gummischicht. Was kann ich mit einer Gummischicht machen? Ich glaube, wir müssen... Äh... Ist klar. Ich gehe gerade zur Linse zurück. Notizen. Verbesserung. Okay. Likon, Kupfer. Best. Was habe ich jetzt hier? Okay. Naja, dann können wir zur Linse zurück. Boah, du Heiland. Naja, dann werden wir los. Ja, wir müssen uns ein bisschen Freunde... Freunde verschaffen. Aber auf jeden Fall werden wir jetzt sicher... Was sind wir, was wir hier zu machen? Hhah, ich hab'u... Hhaha, ich hab'u... Woha... Woha? WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des 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 WDR Machen wir das so. Ach du Scheiße. Gut. Dann machen wir das eben so. Jetzt quatschen wir ihn noch mal eine Runde voll. So dußer, ne? So, jetzt quatschen wir ihn noch eine Runde voll. Gehen wir schon. So. Mach's gut. Alles klar. Gummischicht. Aber er lässt mal schon geguckt. So, jetzt mal die Waffen nachladen. So. Oh, hoffentlich ist das hier der Tag. Überall lauern hier Banditen. Ich bitte Gott, ich muss loswerden. Ich nutze den Tag! Und ich kommen numareaten donde will USen. Na ganz Radl ist der Tag. Und dann geht's go Terra. Wo sind sie? Wo sind sie, die kleinen Schweinchen? Sieh sie nicht. Ja. Schaut Platz. Wo ist er denn? Oh Gott, ich hätte speichern sollen. Okay. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao. Ciao.